Moin, alles geht, ich bin live, deswegen kommt hier vorbei, wir machen jetzt auch ein Trio-Turnier, deswegen könnt ihr alle mitspielen, ihr braucht wie gesagt Mates, weil es Trio ist und ich glaube auch ein Arena, deswegen müsst ihr da wie gesagt auch ein Trio haben, wie genau alles funktionieren wird, wird im Stream gesagt, deswegen macht gern mit und würde ich sagen, sie haben uns gleich im Stream.